Ja, Schatz. Ja, ich habe eine Nennung gefunden. Sicher. Ja, vertrauens wirklich. Ah, schau, pünktlich, es hat schon geläutet. Ich gehe auf. Tschüss, Schatz. Hallo! Dann noch, vorweg. Das unterschreiben Schervé-Leibli gibt es nicht, wenn du einen Scheiss machst. Wir haben gesagt, kein Alkohol, keine Fluchwörter. Du bist anständig zu meinem Sohn. Das ist einfach klar, du Aff. Geh jetzt auf den Weg. So, Noe. Bevor ich die Farbe hüte, gibt es eine solche Regelung, musst du beachten. Erstens, Bier oder Energy Drink. Zweitens, wir sind nicht Freiburg Gottero, wir sind Freiburg Kotzero. Sag! Kotzero! Kotzero, Noe! Letzte, aber wichtigste Regel. Wenn ich ein C sage, sagst du ein... B. Dann muss es mit mehr Energie kommen, Noe. C! B! C! So, jetzt kommen wir Fernsehen. Und die Stadt-Berner und diese Zeit... Tami, wir gehen spielen und den Fernsehen schauen. Schwenken. Tami, nochmal. Spielst du halt mit dem? Busses, gleich wieder Fernsehen schauen. Da. Busses, schwenken. Ja. Tami, noch eine. Kommt Tami, noch weg! Den Scheichern mit dem Motorzeug. Das ist gleich mit dem Motorzeug, wo wir uns in der Uhr waren. Wack, zubi! Tami, soll Tischdecken vor uns nach? Wollt ihr Tischdecken? Tami, nochmal, geh! Heute gibt es Burger, die kann man mit den Handschenen fressen. Hier Happy Newtree Burger von mir, und dann habe ich Zeit für mich. Tami, noch aufschauen. Tami, nochmal, sicher nicht! Hey, ihr wollt schon mal Hockey spielen? Rauschen Sport hier! Aber ich bin der Scherwe! Sicher nicht! Ich bin der Scherwe! Ich bin der Scherwe! Ich bin der Scherwe! Was ist denn das für ein Scheissdreck hier? Das gibt es wenn schon zu zudecken. Ruhe, jetzt gibt es auch das gute Nachschicht. Es war mal ein Club, der hat CB geheissen. CB ist die ganze Saison vom letzten Platz rumgekommen. Und so haben wir dank dem Scherwe mit der CB den Meistertitel doch noch gewonnen. Schlussendlich waren wir alle arm in arm und haben... CB! 2!